Doch egal. So, wir sind jetzt auf der Rückfahrt. Jetzt ist der Sonnenschein, aber dann später wird der heute Abend nicht mehr. Der Sonne wäre ein Glück, dass es heute Nacht kommt. Da kann ich ja die ganze Nacht nicht schlafen. Dann nehme ich das heute Nacht auf, das Gewitter. Jessica, dann nehme ich das heute Nacht auf. Und da ist mein Schatzchen gegrüßt? Da hat nicht geschwiegen. Okay. Ja. Es ist hier. Ja. Ja. Ich bin sehr schön, wenn ich das heute�� reminder. Das ist jetzt die Sonne, die erscheint. Das ist jetzt die Sonne. 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 Das ist böse. Das ist ab und zu mit meiner Schwester im Auto quatsche. Das ist die Sonne. Das ist jetzt die Sonne. Und da ist die Sonne. Das 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 ist die Sonne. Debbie der Front. Okay. Für dich hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wie gesagt, es kommt gleich Gewitter auf uns zu. Ich habe euch heute schon aufgenommen, diese Gewitterformation, Wolkenformationen und bis dann Freunde, dann später sehen.